Ich wollte ihm in die Augen sehen. Ich wollte, dass er das alles niemals vergisst. Und wenn ich mir etwas hätte antun wollen, dann hätte ich ihn umgebracht. Klare Worte. Katharina, du hast mich, weil ich deine Mutter verlassen habe und damals Antje geheiraten habe. Aber nur Gefühle kann man nicht zerschwingen. Aber ich habe mit dem Tod deiner Mutter nichts zu tun. Glaub mir. Du hast mein Leben und das Leben meiner Mutter zerstört. Und jetzt versuchst du das gleiche mit Antjes Leben. Haben Sie denn was mitzukommen davon? Wie es um die Ehre bestellt war zwischen den beiden? Er hat Antje wie Dreck behandelt. Sie ständig als Sündenbock dargestellt. Selbst wenn es geregnet hat. Antje hatte Schuld gehabt. Mein Vater ist aggressiv und gewaltbereit. Er würde über Leichen gehen. Hat Ihr Vater die Angeklagte geschlagen? Ja. Glauben Sie kein Wort. Das ist eine Luge. Katharina, was erzählst du hier? Ich bin dein Vater. Weißt du, was du hier erzählst? Die Wahrheit erzählst du dich. Du weißt, dass es eine Luge ist. Das ist die Wahrheit. Nein. Frau Zanzidis, eine Strafverhandlung ist nicht der Ort, wo man alte Rechnungen mit seinem Vater begleicht. Hat Ihr Vater die Angeklagte geschlagen? Haben Sie selber das gesehen? Ja, hat er. Und das nicht nur einmal. Ja. Aha. Ja. Weitere Fragen an die Zeugin Zanzidis? Nein. Dann möchte ich mal mit Ihrem Freund fortsetzen. Josef Steiger, bitte. Und Sie nehmen mal bitte erst mal an der Seite Platz. Ich möchte Ihnen das Tagebuch Ihrer Mutter aber gleich wieder mitgeben. Oder nachher. Nehmen Sie Platz. Steiger, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie, wenn man es nicht tut, macht man sich straft. Aber man kann immer dann schweigen, wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage an der Straftat bezichtigen müsste, Herr Steiger. Ihr Vorname ist Josef, Sie sind 29 Jahre alt und wohnen in Köln. Was sind Sie vom Beruf? Hausmeister. Hausmeister. Verwandte oder verschwägert mit der Angeklagten sind Sie nicht? Nein. Seit wann sind Sie mit der Angeklagten zusammen? Seit Oktober 2009 kennen wir uns und seit März sind wir zusammen. Wie haben Sie sich den kennengelernt? Im Internet. Ich habe mich sofort in sie verliebt und bei ihr hat es dann auch gefunkt. Wie muss man sich das vorstellen? Ich denke, bei einer Webcam kann nur einer was sehen und der andere nichts. Ich meine, Sie haben gedacht, der hat sie doch nicht sehen können. Ich habe mir dann auch noch eine gekauft und so ging das. Eigentlich stehe ich gar nicht auf hüllige Frauen, aber sie ist was ganz Besonderes, ich weiß auch nicht. Die Frau von dir, die du gerade sprichst, hat sich in einer so sechs Webcam Gesichter verkauft. Und sie ist immer noch meine Frau. Noch? Mein Freund. Sie sind das? Ja, ich bin. Sie sollten sich schämen, was Sie mit ihr gemacht haben, wie Sie sie misshandelt haben, geschlagen haben Sie sie. Hätte ich ihr nicht geholfen, dann wäre sie immer noch da drüben gefangen in Griechenland. Richtig. Haben Sie ob gemerkt, wie sie durch ist mit den Nerven, sie ist runter, fix und fertig ist sie. Sie bitte? Ja. Das wird hier immer besser. Herr Steiger, haben Sie der Angeklagten die Flugtickets für sich und Ismene hingelegt in Griechenland? Ja, ich habe mein ganzes Erspartes zusammengekratzt und bin runtergeflogen und habe sie und ihre Tochter hierher begleitet. Ach, nur zur Info. Was? Den Gemüselastwagen von dir mit den Reifen, den habe ich zerstochen, damit du uns nicht mehr verfolgen kannst. Hey, Mann. Ich schieße, ich schieße, ich schieße mal eine Lager, ich schieße mich nicht mehr, ich schieße mich nicht mehr. Du warst das. Für so ein Depp, für so ein Depp hast du mich verlassen. Sie ist glücklich mit mir. Für so ein Depp. Ich kümmere mich für nichts um sie und behandle sie so, wie sie behandelt werden sollte. Ja, aber Sachbeschädigung ist in Griechenland, glaube ich, genauso strafbar wie in Deutschland und Schadensersatz müssen sie dann möglicherweise auch noch leisten. Aber wissen Sie, was mich mal wieder interessiert, warum haben Sie uns das denn auch noch verschwiegen, dass er extra nach Griechenland heruntergeflogen kommt, um sie zurück nach Deutschland zu eskortieren. Haben Sie mal wieder die Unwahrheit gesagt? Nee, hat sie nicht. Aber meine Mandantin wollte eben alles das, was mit Griechenland zu tun hat, schnellstmöglich vergessen. Und zum Zweiten, Herr Staatsanwalt, tut das hier nämlich überhaupt nicht zur Sache, weil es mit dem Tatvorwurf nicht das Geringste zu tun hat. Es tut sehr wohl etwas zur Sache. Die Angeklagte ist extrem auskunftsfreudig darum, uns hier ganz groß wie eine klassische griechische Tragödie zu schildern, wie hart die Zeit ist mit der bösen Schwiegermutter, wie sie gequält wird, wie hart die Zeit mit ihrem Ehemann ist. Sie wird gemästet, sie muss sogar vor der Webcam sitzen, um sich das Geld hart zu verdienen, was alles nicht stimmt. Und sie verschweigt uns, dass er extra runtergeflogen kommt. Warum? Und dass er verliebt in sie ist, das verschweigen sie uns auch in diesem Ausmaß. Weil spätestens jetzt jedem klar ist, das Alibi, was er ihnen gibt, das ist überhaupt nichts wert. Nur nicht mal mehr eine Trachme. Herr Steiger, wo sind Sie am 5. September gegen 2015 gewesen? Na, ich war mit Antje zusammen. Stimmt doch. Warum, fragen Sie, versichern Sie sich bei ihr rück? Ich meine, Sie sollten uns das sagen. Wo waren Sie zur Tatzeit, Herr Steiger? Na, ich war, ich war, also... Wollen Sie wirklich für die Angeklagte weiter lügen? Merken Sie nicht, dass die Frau Sie gerade ans Messer liefern will? Die benutzt Sie. Nee. Nein? Glaube ich nicht. Würden Sie nicht tun. Sind Sie zur Tatzeit mit Herrn Steiger zusammen gewesen, wie Sie es mal behauptet haben? Oder wissen Sie, wer den Ehemann niedergeschlagen hat? Herr Steiger, es ist so, wenn die Angeklagte selbst nicht bestätigt, dass sie mit Ihnen zur Tatzeit zusammen war, dann kann man daraus eine ganze Menge an Rückschlüssen ziehen. Und ich würde möglicherweise beantragen, und ich werde das auch tun, Sie einen Eid darauf leisten zu lassen, wenn Sie dazu bereit sind. Und auf einen Mein-Eid... Lassen Sie, lassen Sie uns in Ruhe. Er ist der einzige Mensch, der mir geholfen hat. Ich habe Alessandros niedergeschlagen. Wollten Sie Ihre Tochter Ismene rausholen aus der Wohnung, weil sie wusste von seinem Freund, dass er am nächsten Tag mit ihr nach Griechenland wollte? Ja. Ich... Ich habe die ganze... Ich habe nur an Ismene gedacht. Ich habe gedacht, wenn ich sie verliere, wenn sie nach Griechenland geht, das hat mich einfach wahnsinnig gemacht, dieser Gedanke. Ich konnte das einfach nicht. Und dann haben Sie sich also durch das Küchenfenster schlängeln können? Ich weiß bis heute nicht, wie ich das geschafft habe. Ich... Ich weiß auch nicht. Ich habe nur an Ismene gedacht, und plötzlich war ich drin. Mit was haben Sie zugeflaggen? Mit einer Pfanne. Ich habe sie dann in den Reihen geworfen. Hat Ihr Lebenspartner gewusst, was Sie vorhaben? Hat er Ihnen möglicherweise durchs Fenster geholfen? Nein, nein, nein. Josef... Nein? Josef hat nichts gemacht. Bitte, ich hoffe, du verzeihst. Schon gut. Alessandros, bitte, ich flehe dich an. Nimm mir meine Tochter nicht weg. Bitte, ich liebe sie mehr als alles. Hansi, das... Es tut mir leid. Ich liebe sie mehr als mein Leben. Hansi, das kann ich nicht machen. Ich muss es mir nicht mit mir nach Griechenland mitnehmen. Warum müssen Sie es? Warum müssen Sie es? Das würden Sie nicht verstehen. Das würden Sie nicht verstehen. Geht es Ihnen um Ihre Tochter oder geht es Ihnen um Ihre Mutter? Wegen meiner Mutter. Sie wollte, dass ich Ismini zurück nach Griechenland bringe. Und ich bin darauf angewiesen, dass sie mir Geld gibt und mein Gemüsegeschäft im Vordermann wiederzubringen. Ich verstehe dich nicht, bitte doch einmal deiner Mutter die Stirn. Bitte, einmal in deinem Leben. Da läuft es nicht schon richtig gut. Ich muss was machen. Ich muss... Aber Ismini gehört ihr nicht. Wir müssen entscheiden, was richtig für sie ist, nicht deine Mutter. Ja. Noch Fragen an den Zeugen Steiger? Nein. Bleibt unvereidigt. Nehmen Sie bitte hinten Platz, Herr Steiger. Werden noch Anträge gestellt? Nein. Dann schließe ich die Beweisaufnahme. Statt's aber drüben, ja? Ja. Frau Vorsitzende, das war in vielerlei Hinsicht sicherlich ein ungewöhnlicher Fall. Normalerweise sitzen ja die Frauen am längeren Hebel, wenn es um das Sorgerecht eines Kindes geht. Das ist hier anders. Das heißt, man könnte auch hier die Empfehlung ausnahmsweise nicht an die Frau, sondern an den Mann aussprechen, dass man wirklich an das Wohl des Kindes denken sollte, wenn es darum geht, wie man sich da möglicherweise einigt. Warum Sie moralisch auf so einem hohen Ross sitzen, das kann ich ehrlich gesagt nicht ganz nachvollziehen. Sie haben sich einiges geleistet, Sie haben einiges Mal die Unwahrheit gesagt. Was in Ihrer Ehe, wie im Einzelnen gelaufen ist, wird hauptsächlich die griechischen Gerichte beschäftigen. Wenn Sie sagen, Ihr Mann hat Sie geschlagen, werde ich ein Ermittlungsverfahren einleiten, wenn Sie Strafantrag stellen. Insoweit ist das hier relevant. Im Einzelnen können wir das jetzt aber noch gar nicht auseinanderziehen. Fest steht, Sie haben sich über geltendes Recht hinweggesetzt. Sie haben Ihre Möglichkeiten in Griechenland überhaupt nicht ausgeschöpft. Stattdessen sagen Sie, auch wenn meinem Mann das zusteht, es ist ganz egal, ich gehe da rein. Und dann wenden Sie auch noch Gewalt an. Wie soll das denn weitergehen mit Ihrer Tochter? Wollten Sie denn mit der auf der Flucht leben sozusagen hier in Deutschland? Oder was war das für eine Kurzschlusshandlung? Frau Vorsitzende, das war eine Art der Selbstjustiz. Sie mag im Affekt gehandelt haben. Ich meine deshalb auch, wir können uns bei der Mindeststrafe belassen. Aber zugezimmert haben Sie da ganz, ganz anständig. Das will ich Ihnen nur mal sagen. Kann froh sein, dass er noch Haare auf dem Kopf hat. Sechs Monate sind die Mindeststrafe, beantrage ich, zu verhängen und zur Bewährung auszusetzen. Vielen Dank, Herr Staatsanwalt Römer. Für Rechtsanwältin Klingenberg. Ja, Hohes Gericht, Herr Staatsanwalt. Bitte schauen Sie sich doch meine Mandantin mal an. Diese Frau ist der Liebe wegen nach Griechenland gegangen. Und was ist ihr dort passiert? Sie musste durch die Hölle gehen. Ihr Mann hat zusammen mit seiner Schwiegermutter sie jahrelang gedemütigt und auch misshandelt. Und als sie dann endlich geschafft hat, diesen Absprung nach Deutschland, da geht dieser Mann hin und nimmt ihr das Liebste, was sie hat, nämlich ihr Kind. Und das, und das ist jetzt sehr wichtig, Herr Staatsanwalt, obwohl das Kind, das haben wir nämlich gerade gehört, gerne bei der Mutter bleiben möchte, auch in Deutschland. Aber darüber setzt sich der Vater hinweg und ich muss Ihnen selber als Mutter sagen, das bricht einem das Herz. So, und was macht sie in dieser Verzweiflung, kurz bevor das Kind wieder außer Landes gebracht werden soll? Sie will es zu sich holen. Sie steigt dort ein mit irgendwelchen übermenschlichen Kräften, die sie da aufgeboten hat, aber das Mädchen war nicht da und sie geriet in Panik. Wo mag die wohl sein? Vielleicht ist sie schon nach Griechenland. Ich weiß nicht, was in ihr vorgegangen ist, aber sie muss außer sich gewesen sein. Und als sie dann auf diesen Mann getroffen ist, diesen ihr so verhassten Ehemann, da hat sie das Erstbeste gegriffen und ihn so verletzt. Was ihr ja nun offensichtlich auch sehr leid tut. Und im Hinblick auf das sehr späte Geständnis und die Tatsache, dass eine weitere Straftat nicht zu erwarten ist, vor allem aber im Interesse des Kindes bitte ich daher um eine sehr milde Strafe. Vielen Dank. Vielen Dank. Herr Reiser, Sie haben das letzte Wort, Frau Tantidis. Bitte trennen Sie mich nicht von meiner Tochter. Ist meine Girl zu mir. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Die Angeklagte wird wegen gefährlicher Körperverletzung in Tateinheit mit Hausfriedensbruch zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten verurteilt, ausgesetzt zur Bewährung und beträgt die Kosten des Verfahrens. Bitte nehmen Sie Platz, meine Damen und Herren. Ihre Verteidigerin hat hier zu Recht nicht von einer Geldstrafe gesprochen, weil das geht hier in dem Moment nicht. Denn so wie Sie hier gehandelt haben, kann ich nicht von einem minderschweren Fall ausgehen. Das ist das eine, Frau Tantidis. Und was ich hier auch nicht kann, ist die Ehe in Griechenland hier lückenlos aufzuklären. Ich weiß nicht, was in der ersten Ehe gewesen ist. All das können wir hier nicht aufarbeiten. Ich weiß aber etwas anderes. Ich weiß zum Beispiel, dass es nicht mein Kind ist und auch nicht mein Kind ist. Mit anderen Worten, jeder von Ihnen hat immer nur von Ismene als von meinem Kind gesprochen. Es ist Ihr gemeinsames Kind. Und da hatten Sie zum Schluss mal genickt. Und das hat mir gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Als ich sagte, lass uns darüber sprechen. Es geht ja wirklich hier um Ismene. Und solange Ihre Mutter diesen Saal nicht betrifft, scheinen Sie mir auch in der Lage zu sein, intellektuell darauf einzugehen. Ich bin weit davon entfernt, Frau Tantidis, Ihr Mitverschulden in dieser ganzen Geschichte herunterzureden. Und zwar, was die zehn Jahre Griechenland bis hin zum Ausufern ihres Körpers betrifft. Das ist eine ganz andere Geschichte. Entscheidend ist hier doch wirklich, was Ismene will. Ismene will hierbleiben bei Ihrer Mutter. Und Sie wollen doch Ismene nur mitbringen, weil Ihre eigene Mutter es angeordnet hat. Sie können sich da unten doch meinetwegen rauslöden. Hauptsache Ismene kann bei der Mutter hierbleiben. Und Sie nehmen vernünftig Ihr Besuchsrecht wahr. Und umgekehrt, Ismene besucht Sie auch. Wobei ich im Moment nicht weiß, ob ich ihr raten sollte, nach Griechenland zu fahren. Ich weiß nicht, was Ihre Mutter dann dort veranstaltet. Gegen das Urteil gibt es Rechtsmittel der Revision und der Berufung. Einzulegen bin in einer Woche ab heute. Die Verhandlung ist geschlossen. Ismene lebt inzwischen bei ihrer Mutter. Sie sieht ihren Vater regelmäßig.